Franziska, zunächst einmal gratuliere zu dem ganz guten Saisonverlauf. Ich glaube, die Ergebnisse in letzter Zeit haben gepasst. Mit welchem Gefühl bist du jetzt hier nach Meribel angereist? Ja, danke. Jetzt auch schon einmal. Ja, mit einem sehr guten Gefühl eigentlich. Ich wohne nochmal im Putzau beim Training. Haben uns dann nochmal auf die kommenden Aufgaben recht gut vorbereitet. Ja, und jetzt freue ich mich auf die technische Woche. Im Riesentolllauf noch kein Top-10-Platz eingefahren. Wie schaut da die Erwartungshaltung an dich selbst aus? Was wäre vielleicht so ein außergehorenes Ziel? Ja, ein außergehorenes Ziel. Natürlich möchte ich einfach wieder das Bestmögliche oder was ich im Moment in Stande bin, zu leisten, abrufen. Und dann sieht man eh, wo man steht. Ich finde es immer sehr, sehr schwierig eigentlich, so Platzierungen zu denken. Es kann sehr schnell noch vorgehen und sehr schnell noch hinten. Also ich würde mir einfach wünschen, dass ich die Schwünge, die ich draufhabe, da jetzt in Meribel zeigen kann. Speziell im Slalom bist du einem Protestplatz in den letzten Rennen immer näher gekommen. Jetzt wissen wir aber auch, wenn eine Michaela Schiffrin, eine Wendy Hollena oder eine Petra Blühova ihre Bestleistung abrufen, wird es verdammt schwierig, aufs Protest zu kommen. Wie versucht man da, dem Ganzen nachzueifern, um die nötigen Hundertstel vielleicht aufzuholen? Ja, für mich ganz klassisch, mich auf mich zu fokussieren, auf meine Schwünge, auf ein gutes Skifahren und das dann so gut es geht umzusetzen. Man hat es heuer schon gesehen. Teilweise richtig gute Läufe. Ja, es gilt nach wie vor noch die zweimal zu zeigen und wie schon gesagt, ich bin sicher in der Außenseite der Roller. In den ersten Wochen haben die Mädels vor allem gezeigt, wozu sie in der Lage sind und in jedem Wettbewerb eine Medaille geholt. Wie wichtig war das auch für euch aus der Ferne beobachtend zu sehen, dass die Ladies richtig gut in der Spur sind? Ja, ich finde es extrem cool. Mir taugt es richtig. Auch nochmal Gratulation an die Mädels. Ich glaube, das tut der ganze Mannschaft gut. Ja, ich hoffe, wir können den Schwung ein bisschen mitnehmen in die Technikwoche und schauen, was da dann so auf uns zukommt.